Guten Tag! Herzlich Willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe meines Blog-Blogs. Ja, diesmal ist es ein besonderer Blog-Blog, denn ich habe einige Sachen hier zu besprechen, hier auf meinem Kanal BumoTV. Ja, auch an Weihnachten, kurz vor Weihnachten habe ich es natürlich schön dekoriert und möchte mit euch ein paar Sachen besprechen, die mir so richtig auf dem Herzen liegen. Zum einen wird es einige Veränderungen hier auf meinem Kanal geben und zwar ab Anfang 2019. Denn da werde ich Fan das Sammlermagazin, das Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise, ein wenig, ja, verändern. Das heißt, wir werden ab Januar 2019 nicht mehr, ich wiederhole, nicht mehr wöchentlich on air sein, sondern bei Bedarf. Das heißt, wenn ich mir etwas Neues gekauft habe oder etwas Neues entdeckt habe, ja, irgendetwas, was mich da beschäftigt, werde ich euch es sofort zeitnah zeigen. Das heißt, im Zuge entfällt ab sofort, denn ab Januar 2019, die Videos der Reihe zum Warenkorb, die werden dann nicht mehr fortgesetzt. Dann entfällt dann Comic-Fan, dieses wird auch leider nicht mehr fortgesetzt werden, dieses tolle Format, was eigentlich die Zuschauer auch nie so richtig erreicht hat. Und diese beiden Formate fließen dann in Fan das Sammlermagazin mit ein. Also es kann gut sein, dass ich euch dann bei Fan das Sammlermagazin euch Comics präsentieren werde oder neue Errungenschaften, die ich mir denn bestellt habe. Zum Zweiten bin ich ein bisschen gerade angesäuert, ja, und besorgt, denn ich habe ein Paket nach Österreich verschickt, ja, mit einer tollen, original verpackten He-Man-Figur, ja, aus der New Adventure-Reihe. Die ist aber nie angekommen. Ja, trotz Paketverfolgungsnummer ist dieses Paket erstmal nicht auffindbar. Jetzt habe ich heute einen Nachforschungsantrag gestellt und ich hoffe mal, dass es relativ zeitnah gefunden wird. Es tut mir leid für den Kollegen aus Österreich, der sehnsüchtig darauf wartet. Beim ersten Mal ist das Paket zwar angekommen, aber an die falsche Adresse, weil derjenige mir die falsche Adresse genannt hat. Kein Problem, Paket kam zurück. Ich habe es dann an die richtig mitgeteilte Adresse versendet und wie gesagt, bis jetzt, ja, ist das Paket weg. Nicht nur, das ist das Übel daran, sondern ich wachte auch noch auf ein Paket, habe es am Donnerstag bestellt, ja, und seit Freitag ist das Paket zwar eingelesen worden, ja, bei dieser Postfiliale, aber der Status verändert sich auch null. Also die Person müsste auch einen Nachforschungsantrag vielleicht stellen und ich bin da richtig angesäuert, weil es war dann wirklich ein Original-Captain-Future-3-Figuren-Set, ja, aus dem Jahre 1980 von Popi. Das wollte ich euch bei Fan vorstellen, ja. Ich hoffe, es kommt noch an und derjenige stellt dann auch einen Nachforschungsantrag zeitnah. Ja, ja, ich hoffe mal, es wird sich auch da alles regulieren. Und mein dritter Aspekt und Punkt, warum ich mich hier mit dem Blog-Blog melde, ihr habt schon gemerkt, auf BUMU-TV laufen zurzeit nicht mehr so viele Formate. Erstens, wie gesagt, ist es so, dass ich manche Formate zusammenlegen werde. Wie gesagt, Comic-Fan und zum Warenkorb werden zusammengelegt mit Fan das Sammlermagazin. Aber es liegt auch da dran, weil ich vieles andere produziere. Zwar nicht nur für meinen Kanal BUMU-TV, sondern auch für den Schlager-Guru. Ja, richtig. Auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt Schlager-Guru. Und darum geht es eigentlich nur, wie der Name schon sagt, um Schlager. Der Schlager-Guru präsentiert dort CD-Reviews oder Musik-Reviews. Aber auch Prominente werden da interviewt aus der Schlager-Branche. Ja, und das Ganze produziere ich, mache da die Kamera. Und da geht auch sehr viel, viel, viel Zeit verloren. Wer den Schlager-Guru noch nicht kennt, das ist hier so gesehen die Frau Kuludowich unter den Schlager-Moderatoren. Wir haben ganz interessante Schlager-Stars getroffen, wie zum Beispiel Anna-Maria Zimmermann. Ja, ein Highlight für uns war es gewesen, aber auch Nino De Angelo und zum Beispiel auch Norman Langen. Ja, um einige der ganz großen Palette zu nennen. Und das kostet halt Zeit. Ich mache auch neben der Kamera, ich produziere das nicht nur, ich schneide das nicht nur, sondern mache auch die Redaktion. Das heißt, ich kann mich leider um meine anderen Formate, wie zum Beispiel auch Hörspiel-Fan, da gab es leider auch zur Zeit nicht so viele Folgen mehr von, wird aber auch da noch nachgeholt. Ich hoffe mal, kocht vor Weihnachten, werden da neue Folgen ausgestrahlt. Da habe ich auch schon was vorbereitet, muss es nur noch abdrehen. Ja, kennt ihr das? Ja, ist nur noch dies und das und das, aber das ist halt auch da zeitraubend, was ich aber auch gerne mache für euch. Deswegen habe ich mir überlegt, ja, ganz wichtig, wir brauchen noch einen Kameramann oder eine Kamerafrau. Ihr solltet schon ein bisschen Erfahrung mit der Kamera haben, ja, ihr solltet nicht nur mit Handy-Videos gefilmt haben, vielleicht auch eine große Kamera oder eine Spiegel-Reflex-Kamera bedient haben und dann seid ihr für uns ideal. Denn wir können zusammen, ja, können wir den Schlager-Guru weiterentwickeln. Das heißt, wir bräuchten dann noch jemanden, der jetzt zum Beispiel die zweite Kamera macht oder, was ich auch für 2019 so geplant habe, ist, den Bundesmoderator wieder aufleben zu lassen. Okay, das Ziel hatte ich auch schon 2018, aber ich brauche einen guten Kameramann bzw. Kamerafrau, die mich dann gut mit den Promis ins Licht setzen kann. Und hier ist zum Beispiel der Opener, denn der Bundesmoderator trifft bzw. der Bundesmoderator die Show lief von 2007 bis 2014. Und da habe ich Prominente interviewt, ja, mit einem, ja, ich würde sagen, mit einem sarkastischen Unterton und der Opener sah so aus. Ein fulminanter Opener, gut, im Opener war auch Guido Westerwelle, der leider von uns gegangen ist, von vor zwei Jahren, glaube ich, zwei Jahre ist er schon her. Aber den werden wir auch total erneuern. Aber wir möchten da, wie gesagt, unser Team erweitern. Oder falls ihr Leute kennt, die Lust haben, bei BumoTV On-Air-Design zu machen, für den Bundesmoderator oder für den Schlagerguru, für Hörspielfans, für Fendersammler-Magazin, meldet euch doch einfach hier auf einer Privatnachricht bei Facebook oder bei YouTube. Ja, da habe ich auch wieder richtig Lust drauf, mal was wieder mit den Promis zu unternehmen. Oder wahlweise könnt ihr denn auch den Schlagerguru, mit dem Schlagerguru könnt ihr da auch Promis aus der Schlagerwelt, könnt ihr mit uns treffen. Das ist doch was so Tolles. Nur, wie gesagt, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Es ist wirklich viel, viel, viel zu tun für mich. Und da möchte ich mich erstmal wirklich für entschuldigen, dass es hier auf BumoTV zurzeit nicht so viel Neues gibt. Okay, Fendersammler-Magazin läuft ja noch diesen Monat wöchentlich. Wöchentlich, das lief die ganze Zeit ja wöchentlich, haben zurzeit unseren Actionfiguren-Adventskalender, 24 Türchen, 24 Figürchen am Start. Auch ein tolles Projekt, was ich finde. Aber ich habe mir vorgenommen, für 2019 wirklich wieder richtig durchzustarten. Da habe ich auch noch eine Idee für BumoTV auf YouTube. Da gibt es auch was für die Masters of the Universe. Da habe ich einen Gedankengang für ein Format. Das werde ich aber euch zeitnah noch mitteilen, worum es denn da gehen wird. Erstmal darauf noch meine Tasse Kaffee, um meine Nerven zu beruhigen. Ich mache mir echt wirklich Sorgen um die Pakete. Weil ich weiß, derjenige aus Österreich, der wartet sehensüchtig auf diese He-Man-Figur. Und ich warte sehensüchtig auf die Captain-Future-Figuren. Ich hoffe, die sind jetzt nicht verloren gegangen. Man weiß, die Post hat sehr, sehr, sehr viel zu tun. Genau wie alle anderen Paketzusteller. Aber es ist trotzdem sehr ärgerlich. Ihr könnt es hoffentlich nachvollziehen. Wie sind denn eure Erfahrungen mit solchen Angelegenheiten, mit verschwundenen Paketen? Sind die bei euch nochmal aufgetaucht? Könnt ihr ja in die Kommentare mal reinposten. Und zu den anderen Projekten von mir, wie gesagt, ist, ich hoffe, ihr werdet das Verständnis haben, dass wir manche Formate hier auf BUMU-TV zusammenlegen müssen, um die Qualität noch zu steigern. Und gegebenenfalls auch die Klickzahlen. Aber ich muss mal sagen, so bei Facebook sind wir mit knapp 1160, glaube ich, Likes. Sind wir eigentlich schon gut aufgestellt. Gut bei YouTube, wie gesagt, auch wie letztes Jahr. Gut, wir haben unsere Fans oder unsere Abonnenten haben wir ausbauen können. Jetzt sind wir maximal auf, wie viele habe ich da? Ich glaube, ich habe da 285, 86 Abonnenten. Freue ich mich drüber. Habe ich echt gut ausgebaut. Könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Aber trotzdem, für jeden einzelnen Abonnenten freue ich mich und bedanke mich auch nochmal da sehr herzlich für eure Treue. Ja, ich möchte euch, ja, für das Jahr 2018 danken. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wir haben so viel ausprobiert hier auf dem Kanal. Wir haben Fender Sammler Magazin weitergeführt. Da haben wir tolle Exponate gehabt, wie zum Beispiel die Figuren von Marriage with Children. Also eine schreckliche Familie. Familie oder unzählige He-Man and the Master of the Universe Reviews, Dexter und was weiß ich. Dann gab es ja noch, wie gesagt, zum Warenkorb. Da habe ich euch immer die neuesten Errungenschaften präsentiert. Hörspielfan, klar, mit den Hörspielreviews kommt auch sehr gut an. Das wird, wie gesagt, auch noch fortgeführt. Ich hoffe mal, zu Weihnachten gibt es noch die ein oder andere weihnachtliche Hörspielreview. Dann haben wir ja noch gehabt, bumotip, ja, bumotip.tv-tipp gab es auch noch. Den Blog-Blog haben wir dann im Mai gestartet mit meinem Hörnmüll oder was mich dann da beschäftigt, wie mit diesem Video. Macht mir auch sehr viel Spaß. Machen wir zwar nicht so regelmäßig, soll es auch nicht. Aber trotzdem hoffe ich mal, kommt es auch bei euch gut an, ein bisschen so an meinem kleinen Nerd-Leben dran teilzuhaben. Und wie gesagt, auf Schlager-Guru produzieren wir ja fleißig den Schlager-Guru und den Schlager-Promi-Guru. Ja, da gibt es ja Unterschiede. Wie gesagt, beim Schlager-Guru geht es um CD- oder Musikreviews. Und beim Schlager-Promi-Guru, da treffen wir die Schlager-Stars ja an ihren Auftrittsorten. Ja, wie gesagt, falls ihr Kameramann seid oder Kamerafrau oder einfach nur, äh, was, nur Anführungszeichen, zum Beispiel hier Grafiker, etc. oder was auch immer, meldet euch einfach bei uns und da können wir vielleicht das ein oder andere Projekt starten. Weil wir möchten 2019 noch mehr durchstarten mit dem einen oder anderen Format. So, mit dieser John-Sinclair-Tasse, ja, sieht sehr düster aus, ne? Uh, möchte ich mich verabschieden. Ja, bleibt weiterhin sammelwütig. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!